Die Wuppermann Austria GmbH mit Sitz in Judenburg ist auf die Veredelung von Stahlflachprodukten spezialisiert. Unsere Fertigung umfasst das Verzinken, Spalten sowie die Herstellung innovative Halbfertigprodukte wie Rohre oder Profile. Unser Name steht für Innovation, Technologie-Know-how und erstklassige Verarbeitung. Qualität, Flexibilität und professionelle Auftragsabwicklung garantieren unseren Erfolg in Europa und das seit 140 Jahren. Unsere Produkte kommen beim Bau von Gewächshäusern, bei Stehern für Leitplanken auf Autobahnen, Rohrsysteme für Feuerlöschanlagen, Unterkonstruktionen für Photovoltaikanlagen, also überall dort, wo höchster Korrosionsschutz gefordert ist, zum Einsatz. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020